Hallo, ich bin Li und heute lesen wir die lustigsten Märchen der Brüder Grimm. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Meister Pfriem Meister Pfriem war ein kleiner, hagerer, aber lebhafter Mann, der keinen Augenblick Ruhe hatte. Sein Gesicht, aus dem nur die aufgestülpte Nase hervorragte, war pockennabig und leichenblass, sein Haar grau und struppig, seine Augen klein, aber sie blitzten unaufhörlich rechts und links hin. Er bemerkte alles, tadelte alles, wusste alles besser und hatte in allem Recht. Ging auf der Straße, so ruderte er heftig mit beiden Armen, und einmal schlug er einem Mädchen, das Wasser trug, den Eimer so hoch in die Luft, dass er selbst davon begossen ward. »Schafskopf«, rief er ihr zu, indem er sich schüttelte, »konntest du nicht sehen, dass ich hinter dir herkam?« Seines Handwerks war ein Schuster, und wenn er arbeitete, so fuhr er mit dem Draht so gewaltig aus, dass er jedem, der sich nicht weit genug in der Fahne hielt, die Faust in den Leib stieß. Kein Geselle blieb länger als einen Monat bei ihm, denn er hatte an der besten Arbeit immer etwas auszusetzen. Bald waren die Stiche nicht gleich, bald war ein Schuh länger, bald ein Absatz höher als der andere, bald war das Leder nicht hinlänglich geschlagen. »Warte«, sagte er zu dem Lehrjungen, »ich will dir schon zeigen, wie man die Haut weich schlägt.« Holte den Riemen und gab ihm ein paar Hiebe über den Rücken. »Faulenzer« nannte er sie alle. Er selber brachte aber auch nicht viel vor sich, weil er keine Viertelstunde ruhig sitzen blieb. War seine Frau frühmorgens aufgestanden und hatte Feuer angezündet, so sprang er aus dem Bett und lief mit bloßen Füßen in die Küche. »Wollt ihr mir das Haus anzünden?« schrie er. »Das ist ja ein Feuer, das man ein Ochsen dabei braten könnte. Oder kostet das Holz etwa kein Geld?« Standen die Mägder am Waschfass, lachten und erzählten sich, was sie wussten, so schallte sie aus. »Täuschte ihn die Gänse und schnattern und vergessen über dem Geschwätz ihrer Arbeit. Und wozu die frische Seife? Heilose Verschwendung und obendrein eine schändliche Faulheit. Sie wollen die Hände schonen und das Zeug nicht ordentlich reiben.« Er sprang fort, stieß aber einen Eimer voll Lauge um, sodass die ganze Küche überschwemmt ward. Errichtete man ein neues Haus auf, so lief er ans Fenster und sah zu. »Da vermauern sie wieder den roten Sandstein,« rief er, »der niemals austrocknet. In dem Haus bleibt kein Mensch gesund. Und seht einmal, wie schlecht die Gesellen die Steine aufsetzen. »Der Mörtel taugt auch nichts, Kies muss hinein, nicht Sand. Ich erlebe noch, dass den Leuten das Haus über dem Kopf zusammenfällt.« Er setzte sich und tat ein paar Stiche. Dann sprang er wieder auf, hakte sein Schutzfell los und rief, »Ich will nur hinaus und den Menschen ins Gewissen reden.« Er geriet aber an die Zimmerleute. »Was ist das?«, rief er, »Ihr haut ja nicht nach der Schnur. Meint ihr, die Balken würden gerade stehen? Es weicht einmal alles aus den Fogen.« Er riss seinem Zimmermann die Axt aus der Hand und wollte ihm zeigen, wie er hauen müsste. Als aber ein mit Lehm beladener Wagen herangefahren, warf er die Axt weg und sprang zu dem Bauer, der nebenher ging. »Ach, ihr seid nicht recht bei Trost,« rief er, »wer spannt junge Pferde vor einen schwer beladenen Wagen? Die armen Tiere werden euch auf dem Platz umfallen.« Der Bauer gab ihm keine Antwort, und Priem lief vor Ärger in seine Werkstätte zurück. Als er sich wieder zur Arbeit setzen wollte, reichte ihm der Lehrjunge einen Schuh. »Was ist das wieder?«, schrie er ihn an. »Habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet die Schuhe nicht so weit ausschneiden? Wer wird einen solchen Schuh kaufen, an dem fast nichts ist als die Sohle? Ich verlange, dass meine Befehle unmangelhaft befolgt werden.« Meister Priem träumte in einer Nacht, er wäre gestorben und befände sich auf dem Weg nach dem Himmel. Als er anlangte, klopfte er heftig an die Pforte. »Es wundert mich,« sprach er, »dass sie nicht einen Ring am Tor haben. Man klopft sich so die Knechel wund.« Der Apostel Petrus öffnete und wollte sehen, wer so ungestüm Einlass begehrte. »Och, ihr seid's, Meister Priem«, sagte er, »ich will euch wohl einlassen, aber ich warne euch, dass ihr von eurer Gewohnheit ablasst und nichts tadelt, was ihr im Himmel seht. Es könnte euch übel bekommen.« »Ihr hättet euch die Ermahnung sparen können,« erwiderte Priem, »ich weiß schon, was sich ziemt, und hier ist, Gott sei Dank, alles vollkommen und nichts zu tadeln wie auf Erden.« Er trat also ein und ging in den weiten Räumen des Himmels auf und ab. Er saß sich um, rechts und links, schüttelte aber zuweilen mit dem Kopf oder brummte etwas vor sich hin. In dem erblickte er zwei Engel, die einen Balken wegtrogen. Das war der Balken, den einer im Auge gehabt hatte, während er nach dem Splitter in den Augen anderer suchte. Sie trugen aber den Balken nicht der Länge nach, sondern quer. »Hat man je einen solchen Unverstand gesehen?« dachte Meister Priem, doch schwieg er und gab sich zufrieden. »Es ist im Grunde einerlei, wie man den Balken trägt, geradeaus oder quer, wenn man nur damit durchkommt, und wahrhaftig, ich sehe, sie stoßen nirgend an.« Bald danach erblickte er zwei Engel, welche Wasser aus einem Brunnen in ein Fass schöpften. Zugleich bemerkte er, dass das Fass durchlöchert war und dass das Wasser von allen Seiten herauslief. Sie tränkten die Erde mit Regen. »Aller Hagel«, platzte er heraus, besann sich aber glücklicherweise und dachte, »Vielleicht ist's bloßer Zeit, Vertreib. Macht Spaß, so kann man dergleichen unnütze Dinge tun, zumal hier im Himmel, wo man, wie ich schon bemerkt habe, doch nur faulenzt.« Er ging weiter und seinen Wagen, der in einem tiefen Loch stecken geblieben war. »Kein Wunder«, sprach er zu dem Mann, der dabei stand, »wer wird so unvernünftig aufladen? Was habt ihr da?« »Fromme Wünsche«, antwortete der Mann, »ich konnte damit nicht auf den rechten Weg kommen, aber ich habe den Wagen noch glücklich heraufgeschoben, und hier werden sie mich nicht stecken lassen.« Und wirklich kam ein Engel und spannte zwei Pferde vor. »Ganz gut«, meinte Pfriem, »aber zwei Pferde bringen den Wagen nicht heraus, vierer müssen wenigstens davor.« Ein anderer Engel kam und führte noch zwei Pferde herbei, spannte sie aber nicht vorn, sondern hinten an. Das war dem Meister Pfriem zu viel. »Tschrallpatsch«, sprach er los, »was machst du denn da? Hat man je, solange die Welt steht, auf diese Weise einen Wagen herausgezogen? Da meinen sie aber in ihrem dünkelhaften Übermut, alles besser zu wissen.« Er wollte weiterreden, aber einer von den Himmelsbewohnern hat ihn am Kragen gepackt und schob ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus. Unter der Pforte drehte der Meister noch einmal den Kopf nach dem Wagen und sah, wie er von vier Flügelpferden in die Höhe gehoben ward. In diesem Augenblick erwachte Meister Pfriem. »Es geht freilich im Himmel etwas anders her als auf Erden«, sprach er zu sich selbst, »und da lässt sich manches entschuldigen, aber wer kann geduldig mit ansehen, dass man die Pferde zugleich hinten und vorn anspannt?« »Freilich, sie hatten Flügel, aber wer kann das wissen?« »Es ist übrigens eine gewaltige Dummheit, Pferden, die vier Beine zum Laufen haben, noch ein paar Flügel anzuheften.« »Aber ich muss aufstehen, sonst machen sie mir im Haus lauter verkehrtes Zeug.« »Es ist nur ein Glück, dass ich nicht wirklich gestorben bin.« Der Riese und der Schneider Einem Schneider, der ein großer Prahler war, aber ein schlechter Zahler, kam es in den Sinn, ein wenig auszugehen und sich in der Welt umzuschauen. Sobald er nur konnte, verließ er seine Werkstatt, wanderte seinen Weg über Brücke und Steg, bald da, bald dort, immer fort und fort. Als er nun draußen war, erblickte er in der blauen Ferne einen steilen Berg, und dahinter einen himmelhohen Turm, der seinem wilden und finsteren Wald hervorragte. »Potz Blitz«, rief der Schneider, »was ist das?« Und weil ihm die Neugierde gewaltig stach, so ging er frisch darauf los. Was sperrte er aber Maul und Augen auf, als er in die Nähe kam, denn der Turm hatte Beine, sprang in einem Satz über den steilen Berg und stand als ein großmächtiger Riese vor dem Schneider. »Was willst du hier, du winziges Fliegenbein?«, rief der mit einer Stimme, als wenn's von allen Seiten donnerte. Der Schneider wisperte, »ich will mich umschauen, ob ich mein Stückchen Brot in dem Wald verdienen kann.« »Wenn's um die Zeit ist,« sagte der Riese, »so kannst du ja bei mir in den Dienst eintreten.« »Wenn's sein muss? Warum das nicht? Was krieg ich aber für einen Lohn?« »Was du für einen Lohn kriegst?«, sagte der Riese, »das sollst du hören.« »Jährlich dreihundertfünfundsechzig Tage, und wenn's ein Schaltje ist, noch ein obendrein. Ist dir das recht?« »Meinetwegen«, dachte der Schneider und dachte in seinem Sinn, »man muss sich strecken nach seiner Decke. Ich suche mich bald wieder loszumachen.« Darauf sprach der Riese zu ihm, »geh, kleiner Alunke, und hol mir einen Krug Wasser.« »Warum nicht lieber gleich den Brunnen mitsamte Quelle?«, fragte der Prahlhans und ging mit dem Krug zu dem Wasser. »Aus, in den Brunnen mitsamte Quelle?«, bombte der Riese, der ein bisschen tölpisch und albern war, in den Bad hinein und fing an, sich zu fürchten. »Der Kerl kann mehr als Äpfel braten. Der hat einen Alraun im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.« Als der Schneider das Wasser gebracht hatte, befahl ihm der Riese in dem Wald, ein paar Scheite Holz zu hauen und heimzutragen. »Warum nicht lieber den ganzen Wald mit einem Streich, den ganzen Wald mit jung und alt, mit allem, was er hat, knorzig und glatt?«, fragte das Schneidelein und ging das Holz zu hauen. »Was? Den ganzen Wald mit ihr und alt, mit allem, was er hat, knorzig und glatt? Und den Brunnen mitsamte Quelle?«, brummte der leichtgläubige Riese in den Bad und fürchtete sich noch mehr. »Der Kerl kann mehr als Äpfel braten. Der hat einen Alraun im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.« Wie der Schneider das Holz gebracht hatte, befahl ihm der Riese, zwei oder drei wilde Schweine zum Abendessen zu schießen. »Warum nicht lieber gleich tausend auf einen Schuss und dich dazu?«, fragte der hochwertige Schneider. »Was?«, rief der Hasenfuß von einem Riesen und war heftig erschrocken. »Lass es uns für heute gut sein und lege dich schlafen.« Der Riese fürchtete sich so gewaltig, dass er die ganze Nacht kein Auge zutun konnte und hin und her dachte, wie er es anfangen sollte, um sich den verwünschten Hexenmeister von Diener, je eher, je lieber, vom Halse zu schaffen. Kommt Zeit, kommt Rat. Am anderen Morgen ging der Riese und der Schneider zu einem Sumpf, um den ringsherum eine Menge Weidenbäume standen. Da sprach der Riese, »Höre einmal, Schneider, setz dich auf eine von den Weidenruten. Ich möchte um mein Leben gern sehen, ob du im Stand bist, sie herabzubiegen.« Husch saß das Schneiderlein oben, hielt den Atem ein und machte sich schwer, so schwer, dass sich die Gärte niederbog. Als er aber wieder Atem schöpfen musste, da schnellte sie ihn, weil er zum Unglück kein Bügeleisen in die Tasche gesteckt hatte, zu großer Freude des Riesen so weit in die Höhe, dass man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Und wenn er nicht wieder heruntergefallen ist, so wird er wohl noch oben in der Luft herumschweben. Daumestick Es war ein armer Bauersmann, der saß abends beim Herd und schürte das Feuer, und die Frau saß und spann. Da sprach er, »Wie ist so traurig, dass wir keine Kinder haben. Es ist so still bei uns, und in den anderen Häusern geht's so laut und lustig her.« »Ja«, antwortete die Frau und seufzte, »wenn es nur ein einziges wäre. Und wenn's auch ganz klein wäre, nur Daumes groß, so wollte ich schon zufrieden sein. Wir hätten's doch von Herzen lieb.« Und nun geschah es, dass die Frau kränklich ward, und nach sieben Monaten ein Kind gebar, das zwar an allen Gliedern vollkommen, aber nicht länger als ein Daumen war. Da sprachen sie, »es ist, wie wir es gewünscht haben, und es soll unser liebes Kind sein.« Und sie nannten es nach seiner Gestalt Daumestick. Sie ließen es nicht an Nahrung fehlen, aber das Kind ward nicht größer, sondern blieb, wie es in der ersten Stunde gewesen war. Doch schaute es verständlich aus den Augen und zeigte sich bald als ein kluges und behändes Ding, dem alles glückte, was es anfing. Der Bauer machte sich einmal fertig, in den Wald zu gehen und Holz zu fällen. Da sprach er so vor sich hin, »nun wollte ich, dass einer da wäre, der mir den Wagen nachbrächte.« »O Vater«, rief Daumestick, »den Wagen will ich schon bringen. Verlasst euch drauf, er soll zur bestimmten Zeit im Walde sein.« Da lachte der Mann und sprach, »wie sollte das zugehen? Du bist viel zu klein, um das Pferd mit dem Zügel zu leiten.« »Ach, das tut nichts, Vater. Wenn nur die Mutter anspannen will, setze ich mich dem Pferd ins Ohr und rief ihm zu, wie es gehen soll.« »Nun«, antwortete der Vater, »einmal wollen wir es versuchen.« Als die Stunde kam, spannte die Mutter an und setzte den Daumestick dem Pferd ins Ohr. Da rief der Kleine, wie das Pferd gehen sollte, »i und jat, hot und ha!« Und da ging es ganz ordentlich, als wie bei einem Meister, und der Wagen fuhr den rechten Weg nach dem Walde. Es trug sich zu, als er eben um eine Ecke bog, und der Kleine »Aha!« rief, dass zwei fremde Männer daherkamen. »Nein«, sprach der eine, »was ist das da? Da fährt ein Wagen, und ein Fuhrmann ruft dem Pferde zu, und ist doch nicht zu sehen.« »Das geht nicht mit rechten Dingen zu«, sagte der andere. »Wir wollen dem Karren folgen und sehen, wo er anhält.« Der Wagen aber fuhr vollends in den Wald hinein und zu dem richtigen Platze, wo das Hals gehauen ward. Als Daumestick sein Vater erblickte, rief er ihm zu, »Siehst du, Vater, da bin ich mit dem Wagen. Nun hol mich herunter!« Der Vater faßte das Pferd mit der linken und holte mit der rechten sein Söhnlein aus dem Ohr, das sich ganz lustig auf einen Strohhalm niedersetzte. Als die beiden fremden Männer den Daumestick erblickten, wussten sie nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Da nahm der eine den anderen beiseite und sprach, »Herr, der kleine Kerl könnte unser Glück machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt für Geld sehen ließen. Wir wollen ihn kaufen.« Sie gingen zu dem Bauer und sprachen, »verkauft uns den kleinen Mann, er soll's gut bei uns haben.« »Nein«, antwortete der Vater, »es ist mein Herzblatt und ist mir für alles Gold in der Welt nicht feil.« Daumestick aber, als er von dem Handel hörte, kroch an den Rockfalten seines Vaters hinauf, stellte sich ihm auf die Schulter und sagte ihm ins Ohr, »Vater, gib mich nur hin, ich will schon wieder zu dir kommen.« Und da gab ihn der Vater für ein schönes Stück Geld den beiden Männern hin. »Wo willst du sitzen?« Sprachen sie zu ihm, und er sagte, »Ach, setzt mich nur auf den Rand von eurem Hut, da kann ich auf und ab spazieren und die Gegend betrachten und falle doch nicht herunter.« Sie taten ihn dem Willen, und als Daumestick Abschied von seinem Vater genommen hatte, machten sie sich mit ihm fort. So ging sie, bis es dämmerig ward. Da sprach der Kleine, »heb mich einmal herunter, es ist nötig. Bleib nur droben«, sprach der Mann, auf dessen Kopf er saß, »ich will mir nichts daraus machen, die Vögel lassen mir auch manchmal was drauffallen.« »Nein«, sprach Daumestick, »ich weiß auch, was sich schickt. Heb mich nur geschwind herab.« Der Mann nahm den Hut ab und setzte den Kleinen auf einen Acker am Weg. Da sprang er und kroch ein wenig zwischen den Schollen hin und her und schlüpfte dann auf einmal in ein Mauseloch, das er sich ausgesucht hatte. »Guten Abend, ihr Herrn, geht nur ohne mich heim«, rief er ihn zu und lachte sie aus. Sie liefen herbei und stachen mit Stöcken in das Mauseloch, aber das war vergebliche Mühe. Daumestick kroch immer weiter zurück, und da es bald ganz dunkel ward, so mussten sie mit Ärger und mit leerem Beutel wieder heimwandern. Als Daumestick merkte, dass sie fort waren, kroch aus dem unterirdischen Gang wieder hervor. »Es ist hier auf dem Acker in der Finsternis so gefährlich gehen«, sprach er, »wie leicht bricht einer Hals und Bein.« Zum Glück stieß er in ein leeres Schneckenhaus. »Oh Gott, Lob«, sagte er, »da kann ich die Nacht sicher zubringen«, und setzte sich hinein. Nicht lang, als er eben einschlafen wollte, hörte er zwei Männer vorübergehen. Davon sprach der eine, »wie wir's nur anfangen, um dem reichen Pfarrer sein Geld und Silber zu holen?« »Ach, das könnte ich dir sagen«, rief Daumestick dazwischen. »Was war das?«, sprach der eine, dieb erschrocken, »ich hörte jemand sprechen.« Sie blieben stehen und horchten. Da sprach Daumestick wieder, »nehmt mich mit, so will ich euch helfen.« »Wo bist du denn?« »Suchet nur hier auf der Erde und merkt, wo die Stimme herkommt«, antwortete er. Da fanden ihn endlich die Diebe und hoben ihn in die Höhe. »Du kleiner Wicht, was willst du uns helfen?«, sprachen sie. »Seht«, antwortete er, »ich krieche zwischen den Eisenstäben in die Kammer des Pfarrers hinein und reiche euch heraus, was ihr haben wollt.« »Wohl an«, sagten sie, »wir wollen sehen, was du kannst.« Als sie bei dem Pfarrhaus kam, kroch Daumestick in die Kammer, schrie aber gleich aus Leibeskräften, »wollt ihr alles haben, was hier ist?« Die Diebe erschraken und sagten, »So sprich doch leise, damit niemand aufwacht.« Aber Daumestick tat, als hätte er sie nicht verstanden, und schrie von Neuem, »was wollt ihr? Wollt ihr alles haben, was hier ist?« Tja, das hörte die Köchin, die in der Stube daran schlief, richtete sich im Bett auf und horchte. Die Diebe aber waren vor Schrecken ein Stück des Weges zurückgelaufen. Endlich fassten sie wieder Mut, dachten, »der kleine Kerl will uns necken«, kamen zurück und flüsterten ihm hinein, »nun mach ernst und reich uns etwas heraus.« Da schrie Daumestick noch einmal so laut, er konnte, »ich will euch ja alles geben, reicht nur die Hände herein.« Das hörte die horchende Magd ganz deutlich, sprang aus dem Bett und stolperte zur Tür herein. Da liefen die Diebe fort und rannten, als wäre der wilde Jäger hinter ihnen her. Die Magd aber, als sie nichts bemerken konnte, ging ein Licht anzünden. Wie sie damit herbeikam, machte sich Daumestick, ohne dass er gesehen wurde, hinaus in die Scheune. Die Magd aber, nachdem sie alle Winkel durchgesucht und nichts gefunden hatte, legte sich endlich wieder zu Bett und glaubte, sie hätte mit offenen Augen und Ohren doch nur geträumt. Der Daumestick war in den Heuhelmchen herumgeklettert und hatte einen schönen Platz zum Schlafen gefunden. Da wollte er sich ausruhen, bis es Tag wäre, und dann zu seinen Eltern wieder heimgehen. Aber er musste andere Dinge erfahren. Ja, es gibt viel Trübsal und Not auf der Welt. Die Magd stieg, wie gewöhnlich, als der Tag raute, schon aus dem Bett und wollte das Vieh füttern. Ihr erster Gang war in die Scheune, wo sie einen Arm voll Heu packte und gerade dasjenige, worin der arme Daumestick lag und schlief. Er schlief aber so fest, dass er nichts gewahr ward, auch nicht eher aufwachte, als bis er in dem Maul der Kuh war, die ihn mit dem Heu aufgerafft hatte. »Ach Gott«, rief er, »wie bin ich in die Waldmühle geraten«, merkte aber bald, wo er war. Da hieß es aufpassen, dass er nicht zwischen die Zähne kam und zermalmt ward, aber er musste doch mit in den Magen hinabrutschen. »In dem Stübchen sind die Fenster vergessen«, sprach er, »und es scheint keine Sonne hinein. Ein Licht wird gar nicht zu haben sein.« Und überhaupt gefiel ihm das Quartier schlecht, und das Schlimmste war, es kam immer mehr neues Heu zur Tür herein, und der Platz ward immer enger. Da rief er endlich in der Angst, so laut er konnte, »bringt mir kein Frischfutter mehr, bringt mir kein Frischfutter mehr!« Die Magd melkte gerade die Kuh, und als sie sprechen hörte, ohne jemanden zu sehen, und es dieselbe Stimme war, die sie auch in der Nacht gehört hatte, erschrak sie so, dass sie von ihrem Stühlchen herabglitschte und die Milch verschüttete. Sie lief in der größten Hass zu ihrem Herrn und rief, »Och Gott, Herr Pfarrer, die Kuh hat geredet!« »Du bist verrückt«, antwortete der Pfarrer, »ging aber doch selbst in den Stall nachzusehen, was vor wäre.« Aber kaum hat er den Fuß hineingesetzt, so rief Daumestick aufs Neue, »bringt kein Frischfutter mehr, bringt kein Frischfutter mehr!« Da erschrak der Pfarrer selbst, meinte, es wäre ein böser Geist, und hieß die Kuh töten. Nun ward sie geschlachtet, der Magen aber, worin Daumestick steckte, ward auf den Mist geworfen. Daumestick suchte sich hindurch zu arbeiten und hatte große Mühe damit. Doch endlich brachte er es so weit, dass er Platz bekam. Aber als er eben sein Haupt herausstrecken wollte, ja, da kam schon ein neues Unglück. Ein hungriger Wolf sprang vorbei und verschlang den ganzen Magen mit einem Schluck. Daumestick verlor den Mut nicht, »Vielleicht«, dachte er, »lässt der Wolf mit sich reden«, und rief ihm aus dem Wamste zu, »Lieber Wolf, ich weis dir einen herrlichen Fraß!«, »Wo ist er zu holen?«, sprach der Wolf, »in dem und dem Haus, da musst du dich die Gosse hinkriechen und wirst kuchen, Speck und Wurst finden, so viel du essen willst«, »und beschrieb ihm genau seines Vaters Haus.« Der Wolf ließ sich das nicht zweimal sagen, drängte sich in der Nacht zur Gosse hinein und fraß in der Vorratskammer nach Herzenslust. Als er satt war, wollte er wieder fort, aber er war so dick geworden, dass er denselben Weg nicht wieder hinaus konnte. Darauf hatte Daumestick gerechnet und fing nun an, in dem Leib des Wolfes einen gewaltigen Lärm zu machen, tobte und schrie, was er konnte. »Willst du still sein?«, sprach der Wolf, »du wächst die Leute auf!« »Ei, was!«, antwortete der Kleine, »du hast dich satt gefressen! Ich will mich auch lustig machen!« Und fing von Neuem aus allen Kräften zu schreien an. Davon erwachte endlich sein Vater und seine Mutter, liefen an die Kammer und schauten durch die Spalte hinein. Wie sie sahen, dass ein Wolf darin hauste, liefen sie davon, und der Mann holte die Axt und die Frau die Sense. »Bleib da hinten!«, sprach der Mann, als sie in die Kammer traten, »wenn ich ihm einen Schlag gegeben habe, und der davon noch nicht tot ist, so musst du auf ihn einhauen und ihm den Leib zerschneiden.« Da hörte Daumestick die Stimme seines Vaters und rief, »lieber Vater, ich bin hier, ich stecke im Leibe des Wolfs!«, sprach der Vater voll Freuden, »Gottlob, unser liebes Kind hat sich wieder gefunden. Und hieß der Frau die Sense wegtun, damit Daumestick nicht beschädigt würde. Danach holte er aus und schlug dem Wolf einen Schlag auf den Kopf, dass er tot niederstürzte. Dann suchten sie Messer und Schere, schnitten ihm den Leib auf und zogen den Kleinen wieder hervor. »Ach!«, sprach der Vater, »was haben wir Sorge um dich ausgestanden!« »Ja, Vater, ich bin viel in der Welt herumgekommen. Gottlob, dass ich wieder frische Luft schöpfe!« »Wo bist du denn all gewesen?« »Ach, Vater, ich war in einem Mauseloch, in einer Kuhbauch und in eines Wolfeswanst. Nun bleib ich bei euch.« »Wir verkaufen dich um alle Reichtümer der Welt nicht wieder.« Da herzten und küßten sie ihren lieben Daumestick, gaben ihm zu essen und zu trinken und ließen ihm neue Kleider machen. Denn die Seinigen waren ihm auf der Reise verdorben. Der Hase und der Igel Diese Geschichte ist eigentlich gelogen, aber wahr ist sie doch, denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie erzählte, zu sagen, »Waar muss sie sein, mein Sohn, sonst könnte man sie ja nicht erzählen.« Die Geschichte aber hat sich so zugetragen. Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst, gerade als der Buchweizen blühte. Die Sonne war im Himmel aufgegangen und der Wind strich warm über die Stoppeln, die Lärchen sangen hoch in der Luft und die Bienen summten im Buchweizen. Die Leute gingen in ihrem Sonntagsstart zur Kirche und alle Geschöpfe waren vergnügt, auch der Igel. Er stand vor seiner Tür, hatte die Arme verschränkt, er guckte in den Morgenwind hinaus und trällerte ein kleines Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht wie am Sonntagmorgen, ein Igel eben zu singen pflegt. Während er nun so vor sich hinsang, fiel ihm plötzlich ein, er könnte doch, während seine Frau die Kinder wusch und ankleidete, ein bisschen im Feld spazieren gehen und nachsehen, wie die Steckrüben standen. Die Steckrüben waren ganz nah bei seinem Haus, und er pflegte sie mit seiner Familie zu essen, und darum sah sie auch als die Seinigen an. Gedacht? Getan. Er schloss die Haustür hinter sich und schlug den Weg zum Feld ein. Er war noch nicht sehr weit und wollte gerade um den Schleenbusch herum, der vor seinem Feld stand, als er den Hasen erblickte, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Igel den Hasen sah, wünschte er ihm freundlich einen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam hochfahrend noch dazu, antwortete gar nicht auf des Igels Gruß, sondern sagte mit höhnischer Miene, »Wie kommt es, dass du hier schon so am frühen Morgen im Feld herumläufst?« »Ich gehe spazieren«, sagte der Igel. »Haha, spazieren«, lachte der Hase, »du könntest deine Beine schon zu besseren Dingen gebrauchen.« Diese Antwort verdross den Igel sehr. Alles kann er vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts kommen, gerade weil sie von Natur aus krumm sind. »Du bildest dir wohl ein, du könntest mit deinen Beinen mehr ausrichten«, sagte er. »Das will ich meinen«, sagte der Hase. »Nun, das kommt auf einen Versuch an«, meinte der Igel. »Ich wette, wenn wir um die Wette laufen, ich lauf schneller als du.« »Du, mit deinen krummen Beinen«, sagte der Hase. »Haha, das ist ja zum Lachen, aber wenn du so große Lust hast, was gilt die Wette?« »Einen Golddukaten und eine Flasche Brandwein«, sagte der Igel. »Angenommen«, sagte der Hase, »schlag ein, und dann kann es gleich losgehen.« »Nein, so große Eile hat es nicht«, meinte der Igel, »ich hab noch gar nicht gegessen, erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen was frühstücken. In einer Stunde bin ich wieder hier.« Damit ging er, und der Hase war es zufrieden. Unterwegs aber, dachte der Igel bei sich, »der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer Kerl, und das soll er bezahlen.« Als er nur nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, »Frau, zieh dich rasch an, du musst mit mir ins Feld hinaus.« »Was gibt es denn?« fragte die Frau. »Ich habe mit dem Hasen um meinen Golddukaten und eine Flasche Brandwein gewettet, dass ich mit ihm um die Wette laufen will, und da sollst du dabei sein.« »Oh, mein Gott, Mann«, begann die Frau loszuschreien, »hast du denn ganz den Verstand verloren? Ach, wie willst du denn mit dem Hasen um die Wette laufen?« »Ach, halt das Maul, Weib«, sagte der Igel, »das ist meine Sache. Misch dich nicht in Männergeschäfte. Marsch, zieh dich an und komm mit.« Tja, was sollte also die Frau des Igels tun? Sie musste gehorchen, ob sie wollte oder nicht. Als sie miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau, »Nun, pass auf, was ich dir sage. Dort auf dem langen Acker will ich unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft in einer Furche und ich in der anderen, und dort oben fangen wir an. Du hast nun weiter nichts zu tun, als dass du dich hier unten in die Furche stellst, und wenn der Hase in seiner Furche daherkommt, so rufst du ihm entgegen, »ich bin schon da.« So kam sie zu dem Acker. Der Igel wies seiner Frau ihren Platz an und ging den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. »Kann es losgehen?« fragte er. »Jawohl«, erwiderte der Igel. »Dann nur zu!« Damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte, »Eins, zwei, drei!« Und losginge wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel aber lief mit etwa drei Schritte, dann duckte er sich in die Furche hinein und blieb ruhig sitzen. Und als der Hase im vollen Lauf am Ziel unten am Acker ankam, rief ihm die Frau des Igels entgegen, »ich bin schon da.« Tja, der Hase war nicht wenig erstaunt, glaubte er doch nichts anderes, als dass er den Igel selbst vor sich hatte. »Bekanntlich sieht Frau Igel genauso aus wie ihr Mann.« »Das geht nicht mit rechten Dingen zu!« rief er. »Noch einmal gelaufen, in die andere Richtung!« Und fort ging es wieder wie der Sturmwind, das ihm die Ohren am Kopf flogen. Die Frau des Igels aber blieb ruhig sitzen an ihrem Platz, und als der Hase oben ankam, rief ihm der Herr Igel entgegen, »ich bin schon da.« Der Hase war ganz außer sich vor Ärger und schrie, »noch einmal gelaufen, noch einmal herum!« »Ja, meinetwegen,« gab der Igel zurück, »so oft du Lust hast.« So lief der Hase dreiundsiebzig Mal. Und der Igel hielt immer mit. Und jedes Mal, wenn der Hase oben oder unten am Ziel ankam, sagten der Igel oder seine Frau, »ich bin schon da.« Ja, beim vierundsiebzigsten Male aber, kam der Hase nicht mehr ans Ziel. Mitten auf dem Acker fiel er zu Boden, das Blut floss ihm aus der Nase, und er blieb tot liegen. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen Golddukaten und die Flasche Brandwein, rief seine Frau von ihrem Platz am Ende der Furche, und vergnügt gingen beide nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Tja, so geschah es, dass auf der Buxtehude Heide der Igel den Hasen zu Tode gelaufen hatte. Und seit jener Zeit hat kein Hase mehr gewagt, mit dem Buxtehude Igel um die Wette zu laufen. Die Lehre aus dieser Geschichte aber ist erstens, dass sich keiner, und wenn er sich auch noch so vornehm düngt, einfallen lassen soll, sich über einen kleinen Mann lustig zu machen. Und wäre es auch nur ein Igel. Und zweitens, dass es gut ist, wenn einer heiratet, dass er sich eine Frau von seinem Stand nimmt, die gerade so aussieht wie er. Wer also ein Igel ist, der muss darauf sehen, dass seine Frau auch ein Igel ist. Das Bühle Es war ein Dorf, darin saßen lauter, reiche Bauern, und nur ein Armer, und den nannten sie das Bühle. Er hatte nicht einmal eine Kuh und noch weniger Geld, eine zu kaufen. Und er und seine Frau hätten so gerne eine gehabt. Einmal sprach er zu ihr, »Hör, ich hab einen guten Gedanken. Da ist unser Gevatter Schreiner, der soll uns sein Kalb aus Holz machen und braun anstreichen. Das ist, wie ein anderes aussieht. Mit der Zeit wird's wohl groß und gib deine Kuh.« Der Frau gefiel das auch, und der Gevatter Schreiner zimmerte und hobelte das Kalb zurecht, strich es an, wie sich's gehörte, und machte es so, dass es den Kopf herabsenkte, als fress es. Wie die Kühe des anderen Morgens herausgetrieben wurden, rief das Bühle den Hirt herein und sprach, »Seht, da hab ich ein Kälbchen, aber es ist noch klein und muss noch getragen werden.« Der Hirt sagte, »Hehe, schon gut,« nahm's in seinen Arm, trug's hinaus auf die Weide und stellte's ins Gras. Das Kälblein blieb da immer stehen, wie einst das frisst, und der Hirt sprach, »Das wird bald selber laufen. Guck einer, was es schon frisst.« Abends, als er die Herde wieder heimtreiben wollte, sprach er zu dem Kalb, »Kannst da stehen und dich sattfressen, so kannst du auch auf deinen vier Beinen gehen, ich mag dich nicht wieder auf dem Arm heimschleppen.« Das Bühle aber stand vor der Haustür und wartete auf sein Kälbchen. Als nun der Kuhhirt durchs Dorf trieb und das Kälbchen fehlte, fragte er danach. Der Hirt antwortete, »Das steht noch immer draußen und frisst, es wollte nicht aufhören und nicht mitgehen.« Bühle aber sprach, »Ei, was muss ich mein Vieh wiederhaben?« Da gingen sie zusammen nach der Wiese zurück, aber einer hatte das Kalb gestohlen, und es war fort. Sprach der Hirt, »Es wird sich wohl verlaufen haben.« Das Bühle aber sagte, »Mir nicht so.« Und er führte den Hirten vor den Schuldheiß. Der verdammte ihn für seine Nachlässigkeit, dass er dem Bühle für das entkommene Kalb musste eine Kuh geben. Nun hatte das Bühle und seine Frau die lang gewünschte Kuh. Sie freuten sich von Herzen, hatten aber kein Futter und konnten ihr nichts zu fressen geben. Also musste sie bald geschlachtet werden. Das Fleisch salzten sie ein, und das Bühle ging in die Stadt und wollte das Fell dort verkaufen, um für den Erlöser neues Kälbchen zu bestellen. Unterwegs kam er an einem Mühle, da saß ein Rabe mit gebrochenen Flügeln, den nahm er aus Erbarmen auf und wickelte ihnen das Fell. Weil aber das Wetter so schlecht war und Wind und Regen stürmte, konnte er nicht weiter, kehrte in die Mühle ein und bat um Herberge. Die Müllerin war allein zu Haus und sprach zu dem Bühle, »der leg dich auf die Streu« und gab ihm ein Käsebrot. Das Bühle aß und legte sich nieder, sein Fell neben sich, und die Frau dachte, »der ist müde und schläft.« In dem kam der Pfaff. Die Frau Müllerin empfing ihn wohl und sprach, »mein Mann ist aus, da wollen wir uns traktieren.« Das Bühle heuchte auf, und wie es vom Traktieren hörte, ärgerte es sich, dass es mit Käsebrot hätte Vorlieb nehmen müssen. Da trug die Frau herbei und trug vielerlei auf, Braten, Salat, Kuchen und Wein. Wie sie sich nun setzten und essen wollten, klopfte es draußen. Sprach die Frau, »ach Gott, das ist mein Mann!« Geschwind versteckte sie den Braten in die Ofenkache, den Wein unters Kopfkissen, den Salat aufs Bett, den Kuchen unters Bett und den Pfaff in den Schrank auf dem Hausern. Danach machte sie den Mann auf und sprach, »Gottlob, dass du wieder hier bist! Das ist ein Wetter, als wenn die Welt untergehen sollte!« Der Müller saß Bühle auf dem Streu liegen und fragte, »was will der Kerl da?« »Ach«, sagte die Frau, »der arme Schelm kam in dem Sturm und Regen und bat um ein Obdach, da hab ich ihm ein Käsebrot gegeben und ihm die Streuern gewiesen.« Sprach der Mann, »ich habe nichts dagegen, aber schaff mir bald etwas zu essen.« Die Frau sagte, »ich habe aber nichts als Käsebrot.« »Ach, ich bin mit allem zufrieden«, antwortete der Mann, »meinetwegen mit Käsebrot«, sah das Bühle an und rief, »komm und iss noch einmal mit.« Das Bühle ließ sich das nicht zweimal sagen, stand auf und aß mit. Danach sah der Müller das Fell auf der Erde liegen, in dem der Rabe steckte, und fragte, »was hast du denn da?« »Da hab ich einen Wahrsager drin.« »Kann der mir auch wahrsagen?« Sprach der Müller. »Warum nicht?« antwortete das Bühle. »Er sagt aber nur vier Dinge, und das fünfte behält er bei sich.« Der Müller war neugierig und sprach, »lass ihn einmal wahrsagen.« Da drückte der Bühle dem Raben auf den Kopf, das er quakte, und »krrr, krrrr« machte. Sprach der Müller, »was hat er gesagt?« Das Bühle antwortete, »erstens hat er gesagt, es stecke Wein unterm Kopfkissen.« »Tch, das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Wein. »Nur weiter«, sprach der Müller. Das Bühle ließ den Raben wieder quachsen und sprach, »zweitens, hat er gesagt, wäre Braten in der Ofenkachel.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Braten. Bühle ließ den Raben noch mehr Weiß sagen und sprach, »drittens, hat er gesagt, wäre Salat auf dem Bett.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Salat. Endlich drückte das Bühle den Raben noch einmal, dass er knurrte und sprach, »viertens, hat er gesagt, wäre Kuchen unterm Bett.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Kuchen. Nun setzten sich die zwei zusammen an den Tisch, die Müllerin aber kriegte Todesängste, legte sich ins Bett und nahm alle Schlüssel zu sich. Der Müller hätte auch gern das Fünfte gewusst, aber Bühle sprach, »erst wollen wir die vier anderen Dinge ruhig essen, denn das Fünfte ist etwas Schlimmes.« So aßen sie, und danach ward gehandelt, wie viel der Müller für die Fünfte Wahrsagung geben sollte, bis sie um dreihundert Thaler einig wurden. Da drückte das Bühle dem Raben noch einmal auf dem Kopf, dass er laut quakte. Fragte der Müller, »was hat er gesagt?« Antwortete das Bühle, »er hat gesagt, draußen im Schrank auf dem Hausern, da steckte der Teufel«, sprach der Müller, »der Teufel muss hinaus« und sperrte die Haustür auf, die Frau aber müsste den Schlüssel hergeben, und Bühle schloss den Schrank auf. Da lief der Pfarrwasserkonte hinaus, und der Müller sprach, »ich hab den schwarzen Kerl mit meinen Augen gesehen, es war richtig.« Bühle aber machte sich am anderen Morgen in der Dämmerung mit den dreihundert Thalern aus dem Staub. Daheim tat sich das Bühle allgemach auf, baute ein hübsches Haus, und die Bauern sprachen, »das Bühle ist gewiss gewesen, wo der goldene Schnee fällt, und man das Geld mit Schäffeln heimträgt.« Da war Bühle vor den Schultheiß gefordert, es sollte sagen, woher sein Reichtum käme. Antwortete es, »ich habe mein Kuhfell in der Stadt für dreihundert Thaler verkauft.« Als die Bauern das hörten, wollten sie auch den großen Vorteil genießen, liefen heim, schlugen alle ihre Kühe tot und zogen die Felle ab, um sie in der Stadt mit dem großen Gewinn zu verkaufen. Der Schultheiß sprach, »meine Maat muss aber vorangehen.« Als diese zum Kaufmann in die Stadt kam, gab er ihn nicht mehr als drei Thaler für ein Fell. Und als die übrigen kamen, gab er ihn nicht einmal so viel und sprach, »was soll ich denn mit all den Häuten anfangen?« Nun ärgerten sich die Bauern, dass sie vom Bühle hinters Licht geführt waren, wollten Rache an ihm nehmen und verklagten es wegen des Betrugs bei dem Schultheiß. Das unschuldige Bühle ward einstimmig zum Tod verurteilt und sollte in einem durchlöcherten Fass ins Wasser gerollt werden. Bühle ward hinausgeführt und ein Geistlicher gebracht, dem eine Seelenmesse lesen sollte. Die anderen mussten sich alle entfernen, und wie das Bühle den Geistlichen anblickte, so erkannte es den Pfaffen, der bei der Frau Müllerin gewesen war, sprach es zu ihm, »ich hab euch aus dem Schrank befreit, befreit mich aus dem Fass.« Nun trieb gerade der Schäfer mit einer Herde Schafe daher, von dem das Bühle wusste, dass er längst gerne Schultheiß geworden wäre. Da schrie es aus allen Kräften, »nein, tu's nicht, und wenn's die ganze Welt haben wollte, nein, tu's nicht.« Der Schäfer, der das hörte, kam herbei und fragte, »was hast du vor, was willst du nicht tun?« Bühle sprach, »da wollen sie mich zum Schultheiß machen, wenn ich mich in das Fass setze, aber ich tu's nicht.« Der Schäfer sagte, »wenn's weiter nichts ist, um Schultheiß zu werden, wollte ich mich gleich in das Fass setzen.« Bühle sprach, »willst du dich hineinsetzen, so wirst du auch Schultheiß.« Der Schäfer war zufrieden, setzte sich hinein, und das Bühle schlug den Deckel drauf. Dann nahm es die Herde des Schäfers für sich und trieb sie fort. Der Pfaff aber ging zur Gemeinde und sagte, die Seelenmesse wäre gelesen. Da kamen sie und rollten das Fass nach dem Wasser hin. Als das Fass zu rollen anfing, rief der Schäfer, »ich will ja gerne Schultheiß werden.« Und sie glaubten nicht anders, als das Bühle schrie so und sprachen, »ja, ja, das meinen wir auch, aber erst sollst du dich da unten umsehen.« Und rollten das Fass ins Wasser hinein. Darauf gingen die Bauern heim, und wie sie ins Dorf kamen, so kam auch das Bühle daher, trieb eine Herde Schafe und war ganz zufrieden. Da erstaunten die Bauern und sprachen, »Bühle, wo kommst du denn her? Kommst du aus dem Wasser?« »Freilich«, antwortete das Bühle, »ich bin versunken tief, tief, bis ich endlich auf den Grund kam. Ich stieß dem Fass den Boden aus und kroch hervor. Och, da waren schöne Wiesen, auf denen viele Lämmer weideten. Davon brachte ich mir die Herde mit.« Sprachen die Bauern, »sind noch mehr da?« »Ja«, sagte das Bühle, »mehr, als ihr brauchen könnt.« Da verabredeten sich die Bauern, dass sie auch Schafe holen wollten, jeder eine Herde. Der Schultheiß aber sagte, »ich komme zuerst.« Nun gingen sie zusammen zum Wasser. Da standen gerade am blauen Himmel kleine Flockwolken, die man Lämmerchen nennt. Die spiegelten sich im Wasser ab, und da riefen die Bauern, »wir sehen schon die Schafe unten auf dem Grund.« Der Schulz drängte sich hervor und sagte, »nun will ich zuerst hinunter und mich umsehen. Wenn's gut ist, will ich euch rufen.« Da sprang er hinein. Plump! klang es im Wasser. Sie meinten nicht anders, als rief er ihnen zu, »Könch!« Und der ganze Haufen stürzte in einer Hast hinter ihm drein. Da war das Dorf ausgestorben, und der Böhle als der einzige Erbe war dein reicher Mann. Der Frieder und das Kater Lieschen Es war einmal ein Mann, der hieß Frieder, und eine Frau, die hieß Kater Lieschen. Die hatten einander geheiratet und lebten zusammen als junge Eheleute. Eines Tages sprach der Frieder, »ich will jetzt zu Acker, Kater Lieschen, wann ich wiederkomme, muss etwas Gebratenes auf dem Tisch stehen für den Hunger und ein frischer Trunk dabei für den Durst.« »Geh nur, Friederchen«, antwortete Kater Lieschen, »geh nur, willst du dir schon recht machen?« Als nun die Essenszeit herbeirückte, holte sie eine Wurst aus dem Schornstein, tat sie in eine Bratpfanne, legte Butter dazu und stellte sie übers Feuer. Die Wurst fing an zu braten und zu brutzeln. Kater Lieschen stand dabei, hielt den Pfannenstiel und hatte so seine Gedanken. Da fiel ihm ein, »bis die Wurst fertig wird, derweil könntest du ja im Keller den Trunk zapfen.« Also stellte es den Pfannenstiel fest, nahm eine Kanne, ging hinab in den Keller und zapfte Bier. Das Bier lief in die Kanne und Kater Lieschen sah ihm zu. Da fiel ihm ein, »Holla, der Hund oben ist nicht beigetan, der könnte die Wurst aus der Pfanne holen.« »Tja, du kämst mir recht.« Und im Heu war es die Kellertreppe hinauf. Ja, aber der Spitz hatte die Wurst schon im Maul und schleifte sie auf der Erde mit sich fort. Doch Kater Lieschen, nicht faul, setzte ihm nach und jagte ihn ein gutes Stück ins Feld. Aber der Hund war geschwinder als Kater Lieschen, ließ auch die Wurst nicht fahren, sondern über die Acker hinhüpfen. »Hin ist hin«, sprach Kater Lieschen, kehrte um und, weil es sich müde gelaufen hatte, ging es hübsch langsam und kühlte sich ab. Während der Zeit lief das Bier aus dem Fass immer zu, denn Kater Lieschen hatte den Hahn nicht umgedreht. Und als die Kanne voll und sonst kein Platz da war, so lief es in den Keller und hörte nicht eher auf, als bis das ganze Fass leer war. Kater Lieschen sah schon auf der Treppe das Unglück. »Ach, Spuk«, rief es, »was fängst du jetzt an, dass es der Frieder nicht merkt?« Es besann sich ein Weilchen, und endlich fiel ihm ein, von der letzten Kirmesstände noch ein Sack mit schönem Weizenmehl auf dem Boden. Das wollte es herabholen und in das Bier streuen. »Ja«, sprach es, »wer zur rechten Zeit was spart, der hat's hernach in der Not.« Stieg auf den Boden, trug den Sack herab und warf ihn gerade auf die Kanne voll Bier, das diese umstürzte, und der Trunk des Frieders auch im Keller schwamm. »Es ist ganz recht«, sprach Kater Lieschen, »wo eins ist, muss das andere auch sein.« Und sie zerstreute das Mehl im ganzen Keller. Als es fertig war, freute es sich gewaltig über seine Arbeit und sagte, »wie es so reinlich und sauber hier aussieht.« Um die Mittagszeit kam der Frieder heim. »Nun, Frau, was hast du mir zurecht gemacht?« »Ach, Friederchen«, antwortete sie, »ich wollte dir ja eine Wurst braten, aber während ich das Bier dazu zapfte, hat sie der Hund aus der Pfanne weggeholt. Und während ich dem Hund nachsprang, ist das Bier ausgelaufen, und als ich das Bier mit dem Weizenmehl auftrocknen wollte, habe ich die Kanne auch noch umgestoßen. »Aber sei nur zufrieden, der Keller ist wieder ganz trocken«, sprach der Frieder, »och, Kater Lieschen, Kater Lieschen, das hättest du nicht tun müssen. Lass die Wurst wegholen und das Bier aus dem Fass laufen, und verschüttest obendrein unser feines Mehl.« »Ja, Friederchen, das hab ich nicht gewusst. Hättest's mir sagen müssen.« Der Mann dachte, »geht das so mit deiner Frau, so musst du dich besser vorsehen.« Nun hatte er eine hübsche Summe Thaler zusammengebracht. Die wechselte er in Gold ein und sprach zum Kater Lieschen, »siehst du, das sind gelbe Gickelinge, die will ich in einen Topf tun. Und im Stall unter der Kuhkrippe vergraben. Aber, dass du mir ja davon bleibst, sonst geht dir's schlimm«, sprach sie, »nein, Friederchen, will's gewiss nicht tun.« Nun, als der Frieder fort war, da kam Krämer, die irgendeine Näpfe und Töpfefeil hatten, ins Dorf und fragten bei der jungen Frau an, ob sie nichts zu handeln hätte. »Och, ihr lieben Leute«, sprach Kater Lieschen, »ich habe kein Geld und kann nichts kaufen. Aber könnt ihr gelbe Gickelinge brauchen? So will ich wohl kaufen.« »Gelbe Gickelinge? Warum nicht? Lass sie einmal sehen.« »So geht in den Stall und grabt unter der Kuhkrippe. So werdet ihr die gelben Gickelinge finden. Ich darf nicht dabei gehen.« Die Spitzbuben gingen hin, gruben und fanden eitel Gold. Da packten sie auf damit, liefen fort und ließen die Töpfe und Näpfe im Hause stehen. Kater Lieschen meinte, sie müsste das neue Geschirr auch brauchen. Weil nun in der Küche ohnehin kein Mangel daran war, schlug sie jedem Topf den Boden aus und steckte sie insgesamt zum Zierat auf die Zaunpfähle rings ums Haus herum. Wie der Frieder kam und den neuen Zierat sah, sprach er, »Kater Lieschen, was hast du gemacht?« »Hab's gekauft, Friederchen, für die gelben Gickelinge, die unter der Kuhkrippe steckten. Bin aber selber nicht dabei gegangen. Die Krämer haben sich's herausgraben müssen.« »Ach, Frau«, sprach der Frieder, »was hast du gemacht? Das waren keine Gickelinge, es war eitel Gold und war all unser Vermögen. Ach, das hättest du nicht tun sollen.« »Ja, Friederchen«, antwortete sie, »das hab ich nicht gewusst. Hättest's mir vorher sagen sollen.« Kater Lieschen stand ein Weilchen und besann sich. Da sprach sie, »Hör, Friederchen, das Gold wollen wir schon wiederkriegen, wollen hinter den Dieben herlaufen.« »So komm«, sprach der Frieder, »wir wollen's versuchen. Nimm aber Brot und Käse mit, dass wir auf dem Weg etwas zu essen haben.« »Ja, Friederchen, will's mitnehmen.« Sie machten sich fort, und weil der Frieder besser zu Fuß war, ging er Kater Lieschen hinten nach. »Geh, ist mein Vorteil«, dachte es, »wenn wir umkehren, hab ich ein Stück voraus.« Nun kam es an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Wegs tiefe Fahrgleise waren. »Da sehe einer«, sprach Kater Lieschen, »was sie das arme Erdreich zerrissen, geschunden und gedrückt haben. Das wird sein Lebtag nicht wieder heil.« Und aus mitleidigem Herzen nahm es eine Butter und bestrich die Gleise rechts und links, damit sie von den Rädern nicht so gedrückt würden. Und wie es sich bei seiner Barmherzigkeit so bückte, rollte ihm ein Käse aus der Tasche den Berg hinab. Sprach das Kater Lieschen, »ich habe den Weg schon einmal heraufgemacht, ich gehe nicht wieder hinab. Es mag ein anderer hinlaufen und ihn wiederholen.« Also nahm es einen anderen Käse und rollte ihn hinab. Die Käse aber kamen nicht wieder. Da ließ es noch einen dritten hinablaufen und dachte, »vielleicht warten Sie auf Gesellschaft und gehen nicht gern allein.« Als sie alle drei ausblieben, sprach es, »ich weiß nicht, was das vorstellen soll. Doch, kann's ja sein, der Dritte hat den Weg nicht gefunden und sich verirrt. Ich will nun den Vierten schicken, dass er sie herbeiruft.« Der Vierte macht es aber nicht besser als der Dritte. Da ward Kater Lieschen ärgerlich und warf noch den Fünften und Sechsten hinab. Und das waren die Letzten. Eine Zeit lang blieb es stehen und lauerte, dass sie kämen. Als sie aber immer nicht kamen, sprach es, »Och, ihr seid gut nach dem Tod schicken, ihr bleibt fein lange aus. Meint ihr, ich wollt noch länger auf euch warten? Ich gehe meiner Wege, ihr könnt mir nachlaufen, ihr habt jüngere Beine als ich.« Kater Lieschen ging fort und fand den Frieder. Der war stehen geblieben und hatte gewartet, weil er gerne etwas essen wollte. »Nun gib einmal her, was du mitgenommen hast.« Sie reichte ihm das trockene Brot. »Wo ist Butter und Käse?« fragte der Mann. »Ach, Friederchen«, sagte Kater Lieschen, »mit der Butter habe ich die Fahrgleise geschmiert, und die Käse werden bald kommen. Einer lief mir fort, da habe ich die anderen nachgeschickt, sie sollten ihn rufen.« Sprach der Frieder, »das hättest du nicht tun sollen, Kater Lieschen, die Butter an den Weg schmieren und die Käse den Berg hinabrollen.« »Ja, Friederchen, hättest du mir sagen müssen?« Da aßen sie das trockene Brot zusammen, und der Frieder sagte, »Kater Lieschen, hast du auch unser Haus verwahrt, wie du fortgegangen bist?« »Nein, Friederchen, hättest du mir vorher sagen sollen.« »So geh wieder heim und bewahr erst das Haus, ehe wir weitergehen.« »Bring auch etwas anderes zu essen mit, ich will ja auf dich warten.« Kater Lieschen ging zurück und dachte, »Friederchen will etwas anderes zu essen, Butter und Käse schmeckt ihm wohl nicht, so will ich ein Tuch voll Hutzeln und ein Krug Essig zum Trunk mitnehmen.« Danach riegelte es die Obertüre zu, aber die Untertüre hob es aus, nahm sie auf die Schulter und glaubte, wenn es die Türe in Sicherheit gebracht hätte, müsste das Haus wohl bewahrt sein. Kater Lieschen nahm sich Zeit zum Weg und dachte, »Desto länger ruht sich Friederchen aus.« Als es ihn wieder erreicht hatte, sprach es, »Da, Friederchen, hast du die Haustüre, da kannst du das Haus selber verwahren.« »Ach, gut«, sprach er, »was habe ich für eine kluge Frau. Hebt die Türe unten aus, dass alles hineinlaufen kann, und riegelt sie oben zu. Jetzt ist es zu spät, noch einmal nach Haus zu gehen, aber hast du die Türe hierher gebracht, so sollst du sie auch färner tragen.« »Die Türe will ich tragen, Friederchen, aber die Hutzeln und der Essigkrug werden mir zu schwer. Ich hänge sie an die Türe, die mag sie tragen.« Nun ging sie in den Wald und suchten die Spitzbuben, aber sie fanden sie nicht. Weil's endlich dunkel ward, stiegen sie auf einen Baum und wollten da übernachten. Kaum aber saßen sie oben, so kamen die Kerle daher, die vortragen, was nicht mitgehen will, und die Dinge finden, ehe sie verloren sind. Sie ließen sich gerade unter dem Baum nieder, auf dem Frieder und Kater Lieschen saßen, machten sich ein Feuer an und wollten ihre Beute teilen. Der Frieder stieg von der anderen Seite herab und sammelte Steine, stieg damit wieder hinauf und wollte die Diebe totwerfen. Die Steine aber trafen nicht, und die Spitzbuben riefen, »Es ist bald morgen, der Wind schüttelt die Tannäpfel herunter.« Kater Lieschen hatte die Tür noch immer auf der Schulter, und weil sie so schwer drückte, dachte es, die Hutzeln wären schuld, und sprach, »Friederchen, ich muss die Hutzeln hinabwerfen.« »Nein, Kater Lieschen, jetzt nicht«, antwortete er, »Sie könnten uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muss, Sie drücken mich gar zu sehr.« »Ach, nun so tu's in Henkers Namen!« Da rollten die Hutzeln zwischen den Ästen herab, und die Kerle unten sprachen, »Die Vögel missten.« Eine Weile danach, weil die Türe noch immer drückte, sprach Kater Lieschen, »Ach, Friederchen, ich muss den Essig ausschütten.« »Nein, Kater Lieschen, das darfst du nicht, es könnte uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muss, es drückt mich gar zu sehr.« »Ach, nun so tu's in Henkers Namen!« Da schüttete es den Essig aus, dass es die Kerle bespritzte. Sie sprachen untereinander, »Der Tau tröpfelt schon herunter.« Endlich dachte Kater Lieschen, »Sollte es wohl die Türe sein, was mich so drückt?« Und sprach, »Friederchen, ich muss die Türe hinabwerfen.« »Nein, Kater Lieschen jetzt nicht, sie könnte uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muss, Sie drückt mich gar zu sehr.« »Nein, Kater Lieschen, halt Sie ja fest.« »Ach, Friederchen, ich lass Sie fallen.« »Ei«, antwortete Frieder ärgerlich, »so lass Sie fallen in Teufels Namen.« Da fiel sie herunter mit starkem Gepolter, und die Kerle unten riefen, »Der Teufel kommt vom Baum herab!« Rissen aus und ließen alles im Stich. Frühmorgens, wie die zwei herunterkamen, fanden sie all ihr Gold wieder und trugen's Heim. Als Sie wieder zu Hause waren, sprach der Frieder, »Kater Lieschen, nun musst du aber auch fleißig sein und arbeiten.« »Ja, Friederchen, will's schon tun, will ins Feld gehen, Frucht schneiden.« Als Kater Lieschen im Feld war, sprach's mit sich selber, »ess ich, ehe ich schneit, oder schlafe ich, ehe ich schneit?« »Hei, ich will eher essen.« Da aß Kater Lieschen und ward überm Essen schläfrig und fingern zu schneiden und schnitt halbträumend alle seine Kleider in zwei, Schürze, Rock und Hemd. Wie Kater Lieschen nach langem Schlaf wieder erwachte, stand es halbnackig da und sprach zu sich selber, »Bin ich's, oder bin ich's nicht?« »Ha, ich bin's nicht.« Unterdessen ward's Nacht. Da lief Kater Lieschen ins Dorf hinein, klopfte an ihres Mannes Fenster und rief, »Friederchen?« »Was ist denn?« »Möcht gern wissen, ob Kater Lieschen drinnen ist.« »Ja, ja«, antwortete der Frieder, »es wird wohl drinnen liegen und schlafen.« Sprach sie, »gut, dann bin ich gewiss schon zu Haus« und lief fort. Draußen fand Kater Lieschen Spitzbuben, die wollten stehlen. Da ging es zu ihnen und sprach, »Ich will euch helfen stehlen.« Die Spitzbuben meinten, es wüsste die Gelegenheit des Orts und waren's zufrieden. Kater Lieschen ging vor die Häuser und rief, »Leute, habt ihr was? Wir wollen stehlen.« Da dachten die Spitzbuben, »das wird gut« und wünschten, sie wären Kater Lieschen wieder los. Da sprachen sie zu ihm, »Vom Dörfe hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld. Geh hin und rupf uns Rüben.« Kater Lieschen ging aufs Land, um fing an zu rupfen, war aber so faul und hob sich nicht in die Höhe. Da kam ein Mann vorbei, saß und stand still und dachte, das wäre der Teufel, der so in den Rüben wühlte. Lief fort ins Dorf zum Pfarrer und sprach, »Herr Pfarrer, in eurem Rübenland ist der Teufel und rupft.« »Ach gut«, antwortete der Pfarrer, »ich habe einen lahmen Fuß, ich kann nicht hinaus und ihn wegbannen.« Sprach der Mann, »so will ich euch hockeln« und hockelte ihn hinaus. Und als sie auf das Land kam, machte sich das Kater Lieschen auf und reckte sich in die Höhe. »Ach, der Teufel«, rief der Pfarrer und beide eilten fort. Und der Pfarrer konnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuß gerader laufen, als der Mann, der ihn gehockt hatte, mit seinem gesunden Bein. Das junge, glühte Männlein Zur Zeit, da unser Herr noch auf Erden ging, kehrte er eines Abends mit dem heiligen Petrus bei einem Schmied ein und bekam willig Herberge. Nun geschah es, dass ein armer Bettelmann, von Alter und Gebrechen hart gedrückt, in dieses Haus kam und vom Schmied Almosen forderte. Des erbarmte sich Petrus und sprach, »Herr und Meister, so dir es gefällt, heil ihm doch seine Plage, dass er sich selbst sein Brot möge gewinnen.« Sanftmütig sprach der Herr, »Schmied, ich leihe mir deine Esse und lege mir Kohlen an. So will ich den alten kranken Mann zu dieser Zeit verjüngen.« Der Schmied war ganz bereit, und St. Petrus zog die Bälge, und als das Kohlenfeuer auffunkte groß und hoch, nahm unser Herr das alte Männlein, schob's in die Esse, mitten ins rote Feuer, das es darin glühte wie ein Rosenstock, und Gott lobte mit lauter Stimme. Nachdem trat der Herr zum Löschtruck, zog das glühende Männlein hinein, das das Wasser über ihn zusammenschlug, und nachdem er es feinsittig abgekühlt, gab er ihm seinen Segen. Siehe, zur Hand sprang das Männlein heraus, zart, gerade, gesund und wie von zwanzig Jahren. Der Schmied, der eben und genau zugesehen hatte, lud sie alle zum Nachtmahl. Er hatte aber eine halbblinde, bucklichtige Schwieger, die machte sich zum Jüngling hin und forschte ernstlich, ob ihm das Feuer hart gebrennet habe. »Nie sei ihm besser gewesen,« antwortete jener, »er habe da in der Glut gesessen wie in einem kühlen Tau.« Was der Jüngling gesagt hatte, das klang die ganze Nacht in den Ohren der alten Frau, und als der Herr frühmorgens die Straße weitergezogen war und dem Schmied wohl gedankt hatte, meinte dieser, er könnte seine alte Schwieger auch jung machen, da feinordentlich alles mit angesehen habe und es in seine Kunst schlage. Rief sie deshalb an, ob sie auch wie ein Mäglein von achtzehn Jahren in Sprüngen daher wollte gehen. Sie sprach, »von ganzem Herzen«, weil es dem Jüngling auch so sanft angekommen war. Machte also der Schmied große Glut und stieß die Alte hinein, die sich hin und wieder bog und grausames Mordgeschrei anstimmte. »Still, sitz, was schreist und hüpfst du? Ich will erst weidlich zu blasen!« Zog damit die Bälge von Neuem, bis ihr alle Haderlumpen brannten. Das alte Weib schrie ohne Ruhe, und der Schmied dachte, »Kunst geht nicht recht zu«, nahm sie heraus und warf sie in den Löschtrog. Da schrie sie ganz überlaut, dass es droben im Haus die Schmiedin und ihre Schnur hörten. Die liefen beide, die stiegen herab, und sahen die Alte heulend und maulend ganz zusammengeschnurrt im Trog liegen, das Angesicht gerunzelt, gefaltet und ungeschaffen. Darob sich die zwei, die beide mit Kindern gingen, so entsetzten, dass sie noch dieselbe Nacht zwei Junge gebaren, die waren nicht wie Menschen geschaffen, sondern wie Affen, und liefen zum Wald hinein. Und von ihnen stammt das Geschlecht der Affen her. Die kluge Else Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die kluge Else. »Als sie nun erwachsen war, sprach der Vater, wir wollen sie heiraten lassen.« »Ja«, sagte die Mutter, »wenn nur einer käme, der sie haben wollte.« Endlich kam von weit her einer, der hieß Hans, und hielt um sie an. Er machte aber die Bedingung, dass die kluge Else auch recht gescheit wäre. »Och«, sprach der Vater, »die hat Zwirn im Kopf.« Und die Mutter sagte, »ach, die sieht den Wind auf der Gasse laufen und hört die Fliegen husten.« »Ja«, sprach der Hans, »wenn sie nicht recht gescheit ist, so nehme ich sie nicht.« Als sie nun zu Tisch saßen und gegessen hatten, sprach die Mutter, »Else, geh in den Keller und hol Bier.« Dann nahm die kluge Else den Krug von der Wand, ging in den Keller und klappte unterwegs brav mit dem Deckel, damit ihr die Zeit ja nicht lang würde. Als sie unten war, holte sie ein Stühlchen und stellte es vors Fass, damit sie sich nicht zu Böcken brauchte und ihrem Rücken etwa nicht wehe täte und unverhofften Schaden nehme. Dann stellte sie die Kanne vor sich und drehte den Hahn auf, und während der Zeit, dass das Bier hineinlief, wollte sie doch ihre Augen nicht müßig lassen, sah oben an die Wand hinauf und erblickte, nach vielem Hin- und Herschauen, eine Kreuzhacke gerade über sich, welche die Maurer da aus Versehen hatten stecken lassen. Da fing die kluge Else an zu weinen und sprach, »Wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und wir schicken das Kind in den Keller, das es hier soll Bier zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot.« Da saß sie und weinte und schrie aus Leibeskräften über das bevorstehende Unglück. Die oben warteten auf den Trank, aber die kluge Else kam immer nicht. Da sprach die Frau zur Magd, »Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt.« Die Magd ging und fand sie vor dem Fasse sitzend und laut schreiend, »Else, was weinst du?« fragte die Magd. »Ach«, antwortete sie, »soll ich nicht weinen, wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und soll hier Trinken zapfen, so fällt ihm vielleicht die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt es tot.« Da sprach die Magd, »Was haben wir für eine kluge Else?«, setzte sich zu ihr und fing auch an, über das Unglück zu weinen. Über eine Weile, als die Magd nicht wiederkam und die Droben dürstig nach dem Trank waren, sprach der Mann zum Knecht, »Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else und die Magd bleibt.« Der Knecht ging hinab, und da saß die kluge Else und die Magd und weinten beide zusammen. Da fragte er, »Was weint ihr denn?« »Ach«, sprach die Else, »soll ich nicht weinen, wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und soll hier Trinken zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot.« Da sprach der Knecht, »Was haben wir für eine kluge Else?«, setzte sich zu ihr und fing auch an, laut zu heulen. Oben warteten sie auf den Knecht, als er aber immer nicht kam, sprach der Mann zur Frau, »Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt.« Die Frau ging hinab und fand alle drei in Wehklagen und fragte nach der Ursache. Da erzählte ihr die Else auch, dass ihr zukünftiges Kind wohl würde von der Kreuzhacke totgeschlagen werden, wenn es erst groß wäre und Bier zapfen sollte, und die Kreuzhacke fiele herab. Da sprach die Mutter gleichfalls, »Ach, was haben wir für eine kluge Else?«, setzte sich hin und weinte mit. Der Mann oben wartete noch ein Weilchen, aber als seine Frau nicht wiederkam und sein Durst immer stärker war, sprach er, »Ich muss nun selber in den Keller gehen und sehen, wo die Else bleibt.« Als sie aber in den Keller kamen und alle da beieinander saßen und weinten und er die Ursache hörte, dass das Kind der Else schuld wäre, dass sie vielleicht einmal zur Welt brächte und von der Kreuzhacke könnte totgeschlagen werden, wenn es gerade zur Zeit, wo sie herabfiele, darunter säße, Bier zu zapfen, da rief er, »Was für eine kluge Else!«, setzte sich und weinte auch mit. Der Bräutigam blieb lange oben allein. Da niemand wiederkommen wollte, dachte er, »Sie werden unten auf dich warten. Du musst auch hingehen und sehen, was sie vorhaben.« Als sie hinabkamen, saßen da Fünfe und schrien und jammerten ganz erbärmlich, einer immer besser als der andere. »Was für ein Unglück ist denn geschehen?«, fragte er. »Ach, lieber Hans«, sprach die Else, »wann wir einander heiraten und haben ein Kind, und es ist groß und wir schicken es vielleicht hierher trinken zu zapfen, da kann ihm ja die Kreuzhacke, die da oben ist, stecken geblieben, wenn sie herabfallen sollte, den Kopf zerschlagen, dass es liegen bleibt. Sollen wir da nicht weinen?« »Nun«, sprach Hans, »mehr Verstand ist für meinen Haushalt nicht nötig. Weil du so eine kluge Else bist, so will ich dich haben.« Packte sie bei der Hand und nahm sie mit hinauf und hielt Hochzeit mit ihr. Als sie den Hans eine Weile hatte, sprach er, »Frau, ich will ausgehen arbeiten und uns Geld verdienen. Geh du ins Feld und schneid das Korn, das wir Brot haben.« »Ja, mein lieber Hans, das will ich tun.« Nachdem der Hans fort war, kochte sie sich einen guten Brei und nahm ihn mit ins Feld. Als sie vor den Acker kam, sprach sie zu sich selbst, »was tue ich, schneid ich eher oder ess ich eher?« »Ach, ich will erst essen.« Nun aß sie ihren Topf mit Brei aus, und als sie dick satt war, sprach sie wieder, »was tue ich, schneid ich eher oder schlafe ich eher?« »Ach, ich will erst schlafen.« Da legte sie sich ins Korn und schlief ein. Der Hans war längst zu Haus, aber die Else wollte nicht kommen. Da sprach er, »Was hab ich für eine kluge Else, die ist so fleißig, dass sie nicht einmal nach Haus kommt und isst.« Als sie aber noch immer ausblieb und es Abend ward, ging der Hans hinaus und wollte sehen, was sie geschnitten hätte. Aber es war nichts geschnitten, sondern sie lag im Korn und schlief. Da eilte Hans geschwind heim und holte ein Vogelgarn mit kleinen Schellen und hängte es um sie herum, und sie schlief noch immer fort. Dann lief er heim, schloss die Haustüre zu und setzte sich auf seinen Stuhl und arbeitete. Endlich, als es schon ganz dunkel war, erwachte die kluge Else, und als sie aufstand, rappelte es um sie herum, und die Schellen klingelten bei jedem Schritte, den sie tat. Da erschrak sie, ward irre, ob sie auch wirklich die kluge Else wäre, und sprach, »Bin ich's oder bin ich's nicht?« Sie wusste aber nicht, was sie darauf antworten sollte, und stand eine Zeit lang zweifelhaft. Endlich dachte sie, »ich will nach Hause gehen und fragen, ob ich's bin oder ob ich's nicht bin. Die werden's ja wissen.« Sie lief vor ihrer Haustüre, aber die ward verschlossen. Da klopfte sie an das Fenster und rief, »Hans, ist die Else drin?« »Ja«, antwortete der Hans, »sie ist drin.« Da erschrak sie und sprach, »Ach Gott, dann bin ich's nicht«, und ging vor eine andere Tür. Als aber die Leute das Klingeln der Schellen hörten, wollten sie nicht aufmachen, und sie konnte nirgends unterkommen. Da lief sie zum Dorfe hinaus, und niemand hat sie wiedergesehen. Das waren die lustigsten Märchen der Gebrüder Grimm. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.